Über Nacht gestrandet am Husumer Bahnhof, warum rund 50 Fahrgäste am Samstag die letzte Marschbahn nach Sylt verpassten, hört ihr im Schwerpunkt des Audiosnack. Was sonst noch wichtig ist? Nun ist es offiziell, der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein ist unterschrieben. Es würden fünf Jahre mit ganz besonderen Herausforderungen, die man zu meistern habe. Das traue man sich aber zu, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag, dieser soll am Mittwoch wiedergewählt werden. Die 69 Abgeordneten im schleswig-holsteinischen Landtag erhalten vom 1. Juli an monatlich 9.117 Euro statt 8.886 Euro wie bisher. Die sogenannte Entschädigung steigt damit um 2,6 Prozent, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Grundlage für die Erhöhung ist laut Abgeordnetengesetz die Mitteilung vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein über die allgemeine Einkommensentwicklung im vergangenen Jahr. Hamburg Der geplante Fernbahnhof in Hamburg-Altona könnte zum Nadelöhr im deutschen Bahnnetz werden. Davor warnt die Bürgerinitiative Prellbock, die seit Jahren gegen den Neubau und für den Erhalt am bisherigen Standort kämpft. Die Bahn will den Bahnhof Altona bis zum Jahr 2027 zwei Kilometer nach Norden zum bisherigen S-Bahn-Haltepunkt Diebstreich verlegen. Kritiker bezweifeln hartnäckig die Leistungsfähigkeit des Ersatzbaus. Denn statt bisher acht Gleise für Fern- und Regionalzüge soll es dort sechs geben, dazu zwei Gleise für S-Bahnen. Zum Schwerpunkt Samstagnacht am Bahnhof Husum, 23.40 Uhr. Die Marschbahn in Richtung Sylt fährt das letzte Mal ab. Wer diesen RE6 verpasst, sitzt die Nacht über in Husum fest. Der nächste Zug mit dem Ziel Sylt kommt nämlich erst um 4 Uhr und 58 Minuten. Genau das passierte rund 50 Fahrgästen am Samstag, aber ohne eigenes Verschulden. Sie waren aus Richtung Kiel unterwegs und wollten die letzte Marschbahn bekommen. Laut Fahrplan auch kein Problem. Aber der RE74 hatte Verspätung. So viel, dass die Reisenden den Zug nach Sylt knapp verpassten. Die Marschbahn fuhr laut einer Augenzeugin in dem Moment los, als der Kieler Zug am Bahnhof ankam. Laut der Augenzeugin mussten Insulaner teilweise bei anderen Fahrgästen übernachten, weil sie nicht zurück nach Sylt kamen. Die Gestrandeten hätten zudem keine Chance gehabt, einen Zug früher zu nehmen, weil der vorherige Regionalexpress aus Kiel ausgefallen war, berichtet die Augenzeugin. Zudem seien während der Fahrt keinerlei Durchsagen zu Verspätungen oder Anschlusszügen gemacht worden. Auf Anfrage von SHZ.de entschuldigte sich die Deutsche Bahn bei den Fahrgästen. Man werde die Kritik intern aufarbeiten, die betroffenen Fahrgäste sollten sich bezüglich Erstattungen an das Service Center wenden. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus eurer Region, Standdienstag, 16 Uhr. Weitere News hört und lest ihr auf SHZ.de. Die nächste Folge hört ihr am Mittwochabend. Das war's. Das war's. Das war's.